Es gibt aktuell sehr interessante Bewegungen im Portfolio von Michael Burry. Diese möchte ich mit euch heute besprechen. Doch viel wichtiger sind die Gründe dahinter, die ich mit euch ein wenig mehr besprechen möchte. Wie wir alle wissen, ist Michael Burry kürzlich wieder häufiger in Erscheinung getreten und warnt vor allem vor der Inflation. Im Jahr 2006 hat er bereits vor einer Immobilienblase in den USA gewarnt, womit er letztlich auch am Ende Recht hatte und viel Geld dabei verdiente. Deshalb sind aus meiner Sicht die Taten von Michael Burry von hoher Relevanz. Doch vorab noch eines, bevor wir ein paar Gründe von Michael Burry besprechen. Sollte dir dieses Video gefallen, so freue ich mich natürlich, wenn du einen Daumen nach oben dalässt. Und natürlich sollte dir unser Kanal gefallen, so lass uns gerne ein Abo da und aktiviere die Glocke. Und doch eines möchte ich in Eigenwerbung noch loswerden. Wir haben einen neuen Newsletter aufgelegt, in dem ihr von mir in einem zweiwöchigen Turnus genauestens informiert werdet, was aktuell aus meiner Sicht wichtig sein kann. Gleichzeitig stelle ich immer die Aktie des Monats vor, die für dich oder für euch sehr interessant sein kann. Als letztes gibt es noch den Bereich der Breaking News, in dem ich aktuell wichtige Punkte bespreche, die gerade am Markt stattfinden. Eines davon war unter anderem der Ausbruch bei Gold und Silber mit den dementsprechenden Ideen dahinter. Wenn du möchtest, schau doch mal gerne vorbei, wenn es für dich interessant ist. So, nun aber genug mit der Eigenwerbung und lasst uns ins Thema gehen. Michael Berry hat nun im dritten Quartal etwas sehr Beachtliches mit seinem amerikanischen Portfolio gemacht. Er hat den Großteil nämlich komplett verkauft oder reduziert. Er hat zudem auch aus meiner Sicht einen eher beängstigten Kauf getätigt, auf den ich dann auch gleich mit euch eingehen werde. Man muss nämlich wissen, dass so große Investoren in den USA, wie eben auch Michael Berry, dazu verpflichtet sind, in einem vierteljährlichen Turnus die Transaktionen am Aktienmarkt, die sie tätigen, zu melden. Das schreibt ihnen der Paragraf 13f der SEC vor. Somit kann man immer wieder gut erkennen, was die sogenannten großen Investoren in den USA machen. Lasst uns nun einen Blick darauf werfen und lasst uns sehen, was er alles verkauft hat. Schaut euch bitte diese Grafik dazu an. Wir sehen hier, dass er einen Großteil seiner Aktien tatsächlich komplett verkauft hat. Oder zwei Aktien wurden zum Großteil reduziert. Beachtlich ist aus meiner Sicht, dass zum Beispiel das Unternehmen Scorpio Tankers verkauft wurde. Und das ist im Bereich der Öltransportbranche tätig. Man sollte doch aufgrund der aktuellen Situation denken, dass es diesem Bereich gut geht. Wir sehen also, dass er eben acht Unternehmen verkauft hat, zwei Unternehmen reduziert hat und aber auch drei neue hinzugekauft hat. Sein Portfolio in den USA besteht nunmehr aus nur noch insgesamt sechs Unternehmen. Ich persönlich finde es zudem sehr bedenklich oder sogar nachdenklich, wenn er Unternehmen wie zum Beispiel Lockheed Martin hinzukauft. Ich frage mich, warum tut er das? Natürlich kann man darüber nur spekulieren und es soll sich bitte auch jeder seine eigene Meinung dazu bilden. Und mir ist es wichtig, dass es mir dabei nicht um das Unternehmen Lockheed Martin geht, sondern eher um den Zeitpunkt des Kaufs. Doch warum trennt sich Michael Burry vermehrt von seinen amerikanischen Aktien? Da muss man ein wenig differenzierter hinsehen. Er selbst postet in Twitter immer und immer wieder Meinungen und Grafiken. Eine davon möchte ich euch zeigen, die kürzlich von ihm wieder gepostet wurde. Er zeigt hier das sogenannte Schiller KGV. Das ist eine Bemessungsgrundlage, womit man errechnen kann, mit wie viel Gewinn im Verhältnis zum aktuellen Kurs der Aktienmarkt gehandelt wird. Und das inflationsbereinigt. Wir sehen hier aktuell eine Höhe, die nur einmal höher war. Und das war im Jahr 2000 bzw. 2001. Somit haben wir aktuell nun den zweithöchsten Stand seit der Erhebung des Schiller KGV. Also kann man, wenn man nur das betrachtet, vermeintlich ableiten, dass er aufgrund der Überbewertung des amerikanischen Marktes verkauft hat. Und um dadurch Cash zu erhalten. Nur ist das vermeintlich zu einfach, denn es gibt noch eine weitere Eigenart von Michael Berry. Er selbst kauft gerne Aktien, um mit ihnen auch eine Art Trading zu betreiben. Schaut euch bitte hier die nächsten beiden Grafiken genau an. Dort sieht man, wie er im ersten Quartal 2021 verschiedenste Unternehmen gekauft hat. Nur um sie im zweiten Quartal 2021 wieder zu verkaufen. Schaut euch bitte hier die Käufe im ersten Quartal an und vergleicht die Verkäufe im zweiten Quartal. Somit hat er nicht nur den Buy and Hold Ansatz, sondern er betreibt auch eine Art von Trading. Doch ich frage mich, warum ein Investor, und die Betonung liegt auf Investor, wie Michael Berry mehr und mehr das Trading forciert. Er ist doch eigentlich der Value Investor am Aktienmarkt. Vielleicht sieht er nunmehr keinen großen Value, also keinen großen Wert mehr. Und vielleicht geht er deshalb so vor. Denn wenn man gut darin ist, dann ist es immer noch viel besser zu traden, als sein Geld zinslos auf den Konten liegen zu lassen. Ich habe noch eine weitere wichtige Information zum Verkauf von Michael Berry für euch gefunden. Michael Berry ist ja nicht nur in amerikanische Aktien investiert. Er ist ja zudem auch global aufgestellt. Schaut euch mal die aktuelle Verteilung an. Dort ist er neben den USA noch in Japan, Südkorea und Großbritannien investiert. Aber auch dort, und das sieht ihr in der nächsten Grafik, hat er vermehrt Aktien verkauft. Das könnt ihr eben hier gut sehen. Am Ende bleibt doch die Frage, warum macht er das? Sieht er wieder etwas auf uns zukommen und sammelt somit schon wieder Cash ein? Oder ist er einfach wieder auf der Suche nach neuen und besseren Trades, die er kurzfristig halten kann? Das ist also der aktuelle Stand von Michael Berry. Deshalb würde mich interessieren, wie gehst denn du aktuell vor? Sind wir deiner Meinung nach am Aktienmarkt billig bewertet und ist diesmal alles anders? Verkaufst du aktuell oder bist du Buy and Hold Anleger? Lass es mich wissen und schreibe mir deine Kommentare unter das Video. Ich freue mich auf dich und ich kann nur noch sagen, bis bald!